Ich saß im Café bei Diamonds. Auf jeden Fall saß ich da, hab eine Pfeife geraucht und war am Telefonieren. Und die Sonne war sehr stark. Auf jeden Fall. Jetzt in der Sonne und so. Dann wurde ich von acht Männern barbarisch angegriffen. Mit Pfefferspray, Waffen, Masken hatten die auch an. Die haben auf jeden Fall versucht, mich anzugreifen, wollten mich verletzen, schwer verletzen auf jeden Fall. Die waren auch stark bewaffnet. Und die hatten auch auf jeden Fall Messers dabei. Die hatten einfach alles dabei. Messers, Baseballschläger, Pfefferspray, diese ganz großen Pfeffersprays und so. Und ich saß da vom Café und die haben mich zu sieben angegriffen. Aber, Alhamdulillah, ich hab den Angriff, Alhamdulillah, gut, sehr, sehr gut abgewehrt. Und, Alhamdulillah, ist nichts passiert. Das war die Geschichte, Leute. Das ist passiert. Und, äh, ja. Okay. Ich wollte nur erzählen, was passiert ist. Wenn ihr mehr wissen wollt, was noch passiert, alles, dann folgt mir alle auf diesen Account. Folgt mir alle auf Instagram. Und, äh, ja. Ich wünsche euch noch jetzt einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Und ich gehe jetzt wieder raus. Ja. Und was passiert, Leute. Und, ja. Alhamdulillah, ist nichts passiert. Folgt mir alle auf jeden Fall auf diesen Account. Assalamu alaikum.